So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 7. Dezember 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir hier einen Blick uns auf die Märkte gönnen. Ich sage es gleich vorab, das ist auch der Grund, warum ich jetzt ein bisschen mit Verzögerung anfange. Mein Internet ist gerade schlussendlich abgerauscht, also mein WLAN und ich habe jetzt hier eine Lösung gefunden über so einen Stick. Ich hoffe, dass die Streaming-Geschwindigkeit ausreicht, um das hier auch an die Kanäle da draußen eben zu senden. Sollte es da irgendwelche Schwierigkeiten, Abbrüche oder sonst dergleichen geben, ich sehe es schon jetzt hier gerade, wird ein bisschen problematisch irgendwie, dann ist auf jeden Fall die Aufzeichnung zeitnah verfügbar. So viel kann ich an der Stelle auf jeden Fall schon einmal sagen. Und ja, also das ist das ganz, ganz kurz zur Einführung, damit man sich nicht wundert, warum, wieso, weil es halb hier ab und an vielleicht ein kleiner Abbrecher drin ist oder dergleichen. Das hat damit zu tun, dass ich, wie gesagt, diese Sonderlösung jetzt hier gerade lösen oder anstreben musste, in Folge eben dieses kleinen WLAN-Kollaps. So, wir wollen uns heute einen Blick auf die Märkte gönnen und so wie es ausschaut, ist die Jahresendrallye im DAX tatsächlich in vollem Gange. Der eine oder andere wird es gesehen haben, der eine oder andere wird da jetzt schon einen Blick drauf geworfen haben, den DAX im Bereich um 15.700 Punkte handeln sehen. Und dieser Break auf höhere Niveaus wurde jetzt eben initiiert. Wir hatten ihn in den letzten Tagen ja hier zum Thema gemacht, mehrfach zum Thema gemacht. Und dieser Break höher, also dieser Bruch höher, der ist jetzt mit einem entsprechenden Follow-Through garniert worden. Erstes Ziel wurde bereits abgelaufen bzw. sogar fast überlaufen, muss man eher sagen. Wie gesagt, das war die Region 15.600 Punkte, nachdem wir 15.400 ja gestern herausgestellt hatten, als mögliche am ersten anzuvisierenden Ziel auf der Oberseite. Der Break ist also erfolgt und ja, nunmehr ist es jetzt eigentlich so, dass wir nach der Devise verfahren, ich jedenfalls, im Hinblick auf den DAX by the Dip, das heißt Rücksetzer vielleicht ein bisschen tiefer, mal schauen, ob dieser Rücksetzer überhaupt stattfindet. Region 15.500, 15.520, 530 eventuell. Es würde einem Rücksetzer ungefähr in Gefilde um den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis entsprechen. Ja, auf den werfen wir auf jeden Fall einen Blick. Wir werfen einen Blick auf Einzeltitel. Gestern Tesla mit einem kurzen, sehr deutlichen Flasch unter die Tausender-Marke hat dann ziemlich punktgenau auf dieser Trendlinie übergeordnet um 950 kehrt gemacht und hat oberhalb von 1.000 USD geschlossen. Unglaublich starke Performance im Gesamtkontext. Also natürlich, wir haben auch da eine Korrektur gesehen, aber nichtsdestotrotz bleibt das einfach ein unglaublich starker Wachstumstitel, der auch weiteres meiner persönlichen Einschätzung nach Aufwärtspotenzial eben tatsächlich haben dürfte. Ja, wir werfen einen Blick natürlich auch auf Gold in dem Zusammenhang, eigentlich relativ unspektakulär. Mal schauen, anstehende Joel's Numbers, das ist morgen bzw. am Freitag Inflationszahlen aus den USA. Die könnten da eventuell nochmal ein bisschen Volatilität begünstigen. Ja, also wir haben auf jeden Fall einiges zu covern und wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass hier das Internet stabil bleibt. Und wie auch immer, hier zunächst der Risikohinweis, bevor wir offiziell starten. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für eine, kann gegeneinander wirken. Ausgehend von dem erhöhten Risiko setze man sich mit diesem zunächst auseinander und dann entscheidet man, ob der Handel sich für einen eignet. Dann, nachdem man eine Demo, das entsprechend dann getestet hat für sich selber, risikofrei getestet hat, hat man die Möglichkeit auch dort dann den Weg zum Live-Konto natürlich über markets.com.de zu gehen. Vollständige Risiko, wer weiß es dort auch zu finden, die darüber hinausgehende vollständige Produktpalette, Aktien, CFDs, Aktien, ETFs in Ergänzung zu ETFs und FX-Produkten. Und darüber hinausgehende Fragen gerne an Elena per E-Mail. Gerne mich kontaktieren, wenn ihr Fragen rund um die Märkte gebt, hier im Livestream bzw. im Video, falls ihr euch die Aufzeichnungen jetzt im Nachgang anschaut, unterhalb des Videos. Gerne über meine Website gehen, york-trading.com. Da habt ihr jeden Tag eine Trading-Chatbox, Discord-Community, Twitter, auch per E-Mail, sehr gerne. Und ich mache hier einmal die MarketsX-Handels-Plattform auf und switche einmal, ich räume ja ganz kurz hier im Hintergrund ein bisschen auf, switche einmal ganz kurz rüber in die Chatbox und hoffe mal, dass da jetzt nichts steht. Ich kann dich nicht verstehen, das ist ja ziemlich blöd. Also, ich gucke jetzt mal hier ganz kurz. Sehr schön. Also, es wäre cool, wenn ihr mir ganz kurz vielleicht in die Chatbox schreiben könntet, ob ihr mich einigermaßen gut versteht. Also ich sehe hier, das hakt auf jeden Fall ein bisschen, das ist aber nicht dramatisch. Also es wird auf jeden Fall gestreamt, soviel steht fest. Okay. Also ich kann auf jeden Fall Martin hier in der Chatbox lesen, im Hinblick auf diverse Trades im DAX. Blöderweise kriege ich aber sonst nichts übertragen. Warum, wieso, weshalb? Also hier wird auf jeden Fall was gestreamt. Also, ich warte mal auf euer Feedback in der Chatbox. Blick auf den DAX in diesem Zusammenhang. Werfen wir hier einen Blick drauf, machen den mal ganz kurz groß. Diesen Break höher, den hatten wir hier schon zum Thema gemacht, über diese Abwärtstrendlinie an dieser Stelle und diese sehr, sehr starke Abwärtsdynamik, dieser Follow-Through, der hier stattgefunden hat. Also durchaus nachhaltiger Bruch. Wir hatten das gestern bereits hier zum Thema gemacht. Diese Regionen hatten eine Seitwärtskonsolidierung gesehen. Ich hatte gesagt, alles was oberhalb von 15.2 stattfindet, ist potenziell bullisch zu erachten. Wir haben gestern einen verhältnismäßig starken Schluss gesehen. Nachdem wir morgens ja zunächst einmal ein bisschen Abgabedruck hier im DAX haben aufkommen sehen, die 15.200er Region angelaufen waren und haben auch gebrochen. Allerdings haben dann die US-Märkte nachmittags keine ernsthafte Attacke mehr auf diesen Bereich, nach der Rückeroberung auf den Weg gebracht. Wir konnten uns dann deutlich hier oberhalb des EMA 50 auf 5 Minuten stabilisieren, haben einen verhältnismäßig starken Tagesschluss auch hier zu sehen bekommen im Bereich der Tageshochs, 15.400 Punkte. Ja, und dann jetzt entsprechend eben starke Dynamik, die auf der Oberseite eingeleitet wurde, die den Bruch dieser Abwärtstrendlinie, Entschuldigung, Abwärtstrendlinie natürlich, haben jetzt hier initiieren können und entsprechend eben weiter bullisches Momentum, was zu erwarten ist, was uns als nächstes Ziel reicht, um 15.770, 15.800 Punkte. anlaufen lassen dürfte. Das wäre es tatsächlich im Hinblick auf den DAX schon gewesen, also zumindest ausgehend von der übergeordneten Einschätzung, wenn wir uns diese mal hier betrachten. Guck mal ganz kurz jetzt hier nochmal. Sieht irgendwie ein bisschen überschaubar aus, ehrlich gesagt, was hier an Streaming-Kapazität durchläuft, ehrlich gesprochen. Also Setup, mögliches Setup in diesem Zusammenhang, jetzt hat sich der immer schon deutlicher eigentlich in Richtung hier der 15.600er Region unter der oberen Range-Begrenzung auch gehangelt, in Anführungsstrichen. Ich will mal ganz kurz Folgendes machen. Ich schneide mal eben hier, zack, das aus und dann lassen wir mal von hier so Setup skizzieren, Rücksetzer in diese Gefilde. Das dürfte der Bereich 15.570, 15.600 ungefähr so sein, den ich genauer beobachten wollen würde. Wenn wir uns gegen diesen stabilisieren können, das ist das obere Ende der Open Range an dieser Stelle, dann wäre das meiner Einschätzung nach ein potenzieller Long-Trigger mit Ziel auf der Oberseite 15.77.800 ungefähr. Also entspricht ungefähr einer Chance an der Stelle von 200 Punkten. Und herangehen würde ich da so, dass man natürlich sich die Frage stellt, naja, wie arbeiten wir am besten mit einem Stop, wenn der jetzt hier beginnt, so ein bisschen auszutoppen, also beziehungsweise so ein bisschen so eine Stabilisierung zu vollziehen hier, das bullische Momentum sich beginnt abzusprechen auf den EMA50. Dann würde ich einen Stop knapp unterhalb dann entsprechend eben meines Einstiegs wählen und knapp unterhalb des EMA50 an dieser Stelle, je nachdem, wo er gerade zu diesem Zeitpunkt verläuft. Also ich würde mal vermuten, wir kommen da, das ist natürlich abhängig so ein bisschen von der jeweiligen Price-Action, aber wir kommen da wahrscheinlich rein mit einem Risiko zwischen 30 bis 40 Punkten ungefähr, was auf der Oberseite, wenn wir gegen die 5.70, 6.00er Regions-Long positionieren, was auf der Oberseite entsprechend eben mit einer Chance von 200 Punkten im CAV entsprechen dürfte von fast 5 zu 1. Also das ist durchaus ein attraktives, in Betracht zu ziehendes Szenario. Bleibt natürlich abzuwarten, ob es diesen Rücksetzer auf den EMA an dieser Stelle gibt und ob wir an dieser Stelle eben entsprechend wirklich dann wieder aufdrehen, sollten wir unterhalb droppen unter den EMA50, möchte ich dann auch erstmal nicht mehr in Trade Along sein. Aber grundsätzlich übergeordnet, wenn wir das Bild eben einordnen, dann können wir hier deutlich erkennen, dieser Break über die Abwärtstrendlinie negiert die Abwärtssequenz, also switch den übergeordneten Charakter. Ich hatte das gestern in der Discord-Community geschrieben. Ich zeige das mal ganz kurz hier. Das hatte ich zwei, drei Stellen zum Thema gemacht. Das lässt sich von der jeweiligen Zeitebene natürlich dann entsprechend anpassen, muss man anpassen, je nachdem, ob man jetzt auf dem 5-Minuten-Chart arbeitet, auf dem 5-Minuten-Chart, in dem Fall auch mit dem übergeordneten Bild. Ich nenne das jetzt mal die Swing-Ebene auf der Stunde. Aber wenn ich dann eben hier so etwas schreibe, wie zum Beispiel, ich würde einen Teil Short halten und würde diesen halten, bis sich der Charakter für einen solchen Trade ändert, beziehungsweise habe das auch hier im Hinblick auf Nvidia geschrieben, halten, bis sich der Short-Charakter ändert, dann meine ich im übertragenen Sinne genau das, nämlich, dass diese Abwärtssequenz gebrochen wird, beziehungsweise, dass in diesem Zusammenhang einfach die Bullen in Anführungsstrichen die Kontrolle verlieren. So kann man das, glaube ich, dann relativ gut eben tatsächlich wohl zusammenfassen. Und das ist genau das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen haben. Wir haben diese Abwärtssequenz gebrochen, also Sequenz fallender, hochsfallender Tiefs, Beschleunigung auf der Unterseite, Omikron-Variante, dennoch in diese Sorgen eines wirtschaftlichen Abschwungs seitens der USA, ganz besonders, vielleicht global auch, aber besonders aus den USA, die Kommentare von Jay Powell vor dem US-Kongress an dieser Stelle, dass man dennoch plant zu tapern, Stichwort anziehende Inflation, wird auch am Freitag dann ziemlich brisant werden, dann in den Wochenschluss hinein mit den Inflationszahlen, die dort seitens der USA veröffentlicht werden. Wir haben in diesem Zusammenhang, haben wir ergänzend dazu eben, ja, weitere Sorgen auch geschürt gesehen, dass eventuell die Vakzine, die verfügbar sind, also die Impfstoffe seitens Moderna ganz besonders, das war der CEO Buncelle, der sich da äußerte, hat in diesem Zusammenhang Zweifel gesät, ob das wirklich, ja, wie soll man sagen, stabil ist, ja, so, beziehungsweise ob das wirklich hinreichend ist, wie sich die Impfstoffe darstellen, sodass sie entsprechend gegen diese Varianten, diese Mutanten eben einen Schutz bieten. Also wie auch immer, jetzt zeigt sich ein bisschen mehr, so zumindestens mal das, was ich mitverfolgt habe, dass sich eben das ähnlich wie bei anderen Viren darstellt, dass eben eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs und so weiter sich herauskristallisiert. Ob das jetzt so ist oder ob das nicht so ist, wie gesagt, reicht meine Expertise, ich weiß Gott nicht aus, aber zumindestens mal wäre das, oder es fügt sich so relativ gut in diesen Zusammenhang im Hinblick auf das, was man eben seitens diverser Virologen auch schon initial hörte und was auch seitens diverser Experten aus Südafrika kommuniziert wurde. Wie auch immer geartet, also man hat gesehen, diese kurzzeitige Panik, dieser Panikmodus, der aufkam, der setzte sich nicht weiter fort. Wir haben schon begangen, eine Stabilisierung auszubilden, war immer noch eine erhöhte Unsicherheit, die hat sich bemerkbar gemacht, beispielsweise natürlich im WIX, im Volatilitätsindex auf den S&P 500 hier, der tatsächlich bis in Richtung und über 30 sogar lief. Die Volatilität hat er also deutlich zugenommen und jetzt sieht man sehr deutlich, dass diese Volatilität regelrecht einen Kollaps sieht. Also das heißt, das, was vorher an Risiko bezahlt wurde oder Risikoaufschlägen beziehungsweise an Versicherung seitens des Marktes, man kann jetzt hier sehr deutlich erkennen, dass eben die Marktteilnehmer beginnen, die ganze Situation etwas entspannter anzunehmen. Also das heißt, egal was man jetzt in der medialen Berichterstattung sieht, egal wie sich Politiker äußern, im Hinblick auf die Finanzmärkte ist das ein relativ guter Indikator, weil da geht es um Geld. Und im Endeffekt gilt da so die Devise im übertragenen Sinne, show me where the money is oder put your money where your mouth is. Also das heißt, zeig mir, wo das Geld hinfließt beziehungsweise zeige mir, dass du nicht nur Sprüche machst, sondern ergänzend dazu auch im jeweiligen Asset, dann Aktie, Sy, Z oder dergleichen, positioniert bist oder nicht positioniert bist, je nachdem, wie die Einschätzung ist, auf long oder short. Und das ist eben etwas, was dann diese jeweilige Aussage entweder unterstreicht oder eben zeigt, dass derjenige welche Geschichte erzählt, in Anführungsstrichen. Jetzt wird man nicht erwarten, dass irgendwelche Politiker dir zeigen, wie ihr Portfolio aussieht oder irgendwelche Notenbanker, aber in diesem Zusammenhang ist es eben so, dass der übergeordnete Markt hier natürlich eine gehördliche Kommunikation auf den Weg bringt und diese Kommunikation geht klar in die Richtung, dass man sagt, wir haben hier offensichtlich keinerlei ausgeprägtere Sorge, die sich längerfristig jetzt beginnt, eben in erhöhter Volatilität wiederzuspielen, beziehungsweise zumindest kurzfristig. Das muss man auch dazu sagen. Es kann durchaus sein, dass das jetzt mal ein kleines Durchatmen ist, dass auch das hier einfach im übergeordneten Short-Modus, der sich etabliert hat, dann entsprechend erst mal sich ganz natürlich darstellt, Chancelisikoverhältnis technisch, dass es auf der Short-Seite unattraktiver wird. Nehmen wir mal in dem Kontext einfach mal einen Growth-Titel wie, am besten Roku, Moment, wo haben wir sie da? Nehmen wir mal Roku. Roku ist ein Streaming-Anbieter, der ja auch im Zusammenhang eben mit den jüngsten Zahlen im Hinblick eben auf schwächeren Wachstumsausblick, beziehungsweise der auch Equipment im Hinblick auf Streaming-Dienstleistungen anbietet, in diesem Zusammenhang Lieferengpässe sieht und so weiter und infolgedessen einen etwas entschleunigenden, so möchte ich es mal formulieren, Wachstumsausblick kommuniziert hat. Roku hat bereits schon seit im Grunde genommen Juli diesen Jahres, das ist ein bisschen ungünstig, also das ist ungefähr die Region um die Allzeit hochs, 500 Dollar die Aktie. Gehen wir mal hier, da ist ein bisschen bessere Kurs-Historie, sieht ein bisschen schicker aus, der Chart. Hatte schon deutlich gelitten, in Anführungsstrichen, eigentlich massive Rückschläge, Abschläge gesehen, von hier oben und dann kamen eben noch mal diese enttäuschenden Earnings an dieser Stelle, die uns unter 300 Dollar geführt haben und dann beschleunigte sie die Abwärtsbewegung bis zeitweise in Richtung und auch unter die 200er Marke. Das entspricht in diesem Zusammenhang einem Abschlag an der Stelle von fast 300 Dollar die Aktie, nicht ganz, 200 Dollar, 200 Dollar die Aktie, beziehungsweise doch 300 Dollar, natürlich von 500 Dollar, nicht von 400, von 500 Dollar, fast 300 Dollar die Aktie. Das entspricht also einer Korrektur mehr als 50%, fast 60%, ein bisschen mehr sogar an der Stelle. Und das ist eine massive Übertreibung natürlich auf der Unterseite, besonders vor dem Hintergrund der immer noch sehr starken Fundamentals, die zum Beispiel die Aktie hat. Also Roku hat immer noch einen Gewinn pro Aktie, ist deutlich profitabel, hat auch weiter einen sehr, 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 sehr günstigen Geschäftsausblick. Natürlich könnte der eingetrübt werden durch entsprechende Lieferengpässe und dergleichen, aber in Summe ist Roku einfach ein weiter sehr, sehr stark wachsendes Unternehmen. Jetzt sehen wir ja dann diese massive Übertreibung auf der Unterseite, die fundamental nur schwer gerechtfertigt ist. Ich meine, klar, die Aktie ist sehr, sehr weit gelaufen, auch im Laufe des Jahres 2020 natürlich. Ausgehend von seinen Tiefs hat sich die Aktie nahezu verdoppelt, verdoppelt, verzehnfacht, verdoppelt. Wir hatten hier im Tief, hatten wir im März gehandelt um 55 Dollar und sehen dann eben Aufschläge bis hier in Gefilde um 500 Dollar an dieser Stelle, was eine Verneuenfachung mindestens mal impliziert. So, also, das bedeutet etwas anders formuliert, die ist natürlich sehr, sehr weit ahead of itself gelaufen, sehr weit vorab weg gelaufen, ausgehend von diesen sich dennoch sehr, sehr deutlich stark wachstumsorientierten Ausblicken, die man da kommuniziert hat. Allerdings rechtfertigt das nur schwer, eine solche scharfe Korrekturbewegung, also, wenn die Fundamentals weiter sehr stark bleiben oder zumindest weiter auch Wachstumspotenzial suggerieren an dieser Stelle. und nunmehr ist es jetzt eben so, dass dann natürlich auch solch eine starke Überdehnung auf der Unterseite folgerichtig früher oder später ein Bounce folgt. Unabhängig jetzt davon, ob dann entsprechend eben dieser Abwärtsmodus noch weiter fortgesetzt wird und ob wir dann vielleicht, nehmen wir mal dieses Bild hier vielleicht, obwohl, das kommt ganz gut hin an der Stelle eigentlich, diese Trendlinie, dass wir die vielleicht nochmal anlaufen. Sogar ein bisschen Gefilde hier, auch dieser Hochs aus dem September 2019 beziehungsweise hier aus dem November 2019 zurücksetzen. Das ist im Gefilde 170 bis 180 Dollar und diese Trendlinie dann, das ist ein technisch, aus technischer Perspektive ein potenzieller Testbereich, den man da vielleicht anläuft. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall einmal, dass die Aktie einfach jetzt sehr stark überdehnt auf der Unterseite ist und dass CRV-technisch unattraktiver auch wird, entsprechend eben auf diesen jetzt schon bereit, seit einiger Zeit laufenden Shortzug aufzuspringen. Also das heißt, CRV-technisch auch für institutionell, die planen vielleicht, weil sie zu einer anderen Einschätzung kommen, fundamental, Positionen abzustoßen, einfach sagen, wir gehen davon aus, dass da früher oder später auch eine Giving-Bewegung, weil die Fundamentals immer so schlecht nun dann auch wieder nicht sind, dass sie solche derartigen dramatischen Abschläge rechtfertigen. Wir haben dann eventuell eine attraktivere Chance nochmal bei einem Bounce in Gefilde um 2,40, 2,50 entsprechend, was dann wiederum korrespondieren würde hier mit einem Retest dieser Abwärtstrendlinie, die sich da herauskristallisiert hat. Entsprechend nochmal uns von Positionen, die bestehen, einfach zu trennen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn sich der Modus derart stark über den darstellt, wie er es gerade eben schlichtweg tut, dann ist kommt früher oder später eben entsprechende Gegenbewegung, weil natürlich aus Chancenrisikofällen des technischer Perspektive es kaum noch gerechtfertigt scheint, hier jetzt auf diesem bereits Volldampf mit Fahrt aufgenommenen Shortzug aufzuspringen oder Positionen abzustoßen, weil man einfach früher oder später attraktivere Niveaus sieht, beziehungsweise das faire Bewertungsniveau an dieser Stelle einfach substanziell höher liegt. Und das wiederum bedeutet natürlich, dass wir jetzt natürlich eine Gegenbewegung erwarten dürfen. Deswegen muss man mal schauen, ob das jetzt ausreicht, um einen Boden auszubilden. In dem Fall jetzt von der Aktie hier von Roku. Wir geppen potenziell erstmal aufwärts. Das ist jetzt nur ein Beispiel übrigens. Also, das lässt sich beliebig anwenden. Das kann man auf Zoom anwenden. Ich hatte gestern unter einem Video den Hinweis gesehen, weil ich auch Zoom zum Thema gemacht hatte. Da hatte jemand geschrieben gehabt, dass Zoom potenziell auch vor einer Bodenbildung ja stehen dürfte. Wenn wir uns das mal ganz kurz hier anschauen. Auch Zoom hat vielleicht sogar noch mal dramatischere Abschläge so gesehen und sieht auch hier nach seinen Earnings entsprechend eben nochmal einen Gapdown und auch keine deutliche Erholung. Dass da früher oder später auch aus der gleichen Argumentation eine Gegenbewegung in dem, man muss schon sagen, Slaughtered-Tech-Bereich eigentlich, also nahezu ein richtiges Gemetzel, was da stattgefunden hat. Dass da früher oder später eine Gegenbewegung eben anstehen dürfte, das ist die gleiche Argumentation. Also gleiche Überlegung aus fundamentaler Perspektive etc. pp. Was den übergeordneten Short-Modus noch nicht eintrübt, aber zumindest mal zeigt, dass auch hier durch diese starke Überdehnung auf der Unterseite eine Gegenbewegung anstehen könnte. Und das wiederum bedeutet dann etwas anders natürlich, dass man hier nicht nur die breiten, die starken Titel, wie beispielsweise eine Apple oder beispielsweise eine Google oder Amazon oder sowas eben als alleinige Treiber sieht, sondern eben dann auch die leichteren Titel in Anführungsstrichen oder der breite Markt eben eine Gegenbewegung einläutet, die dann nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gießt im übertragenen Sinne für eben eine Beschleunigung einer Jahresend-Ready, die anstehen könnte. Also so könnte man das Bild, sollte man das Bild vielleicht dann auch entsprechend übergeordnet entsprechend betrachten. Wie gesagt, heute sind wir erstmal relativ dünn unterwegs, also dünn heißt wirtschaftsdarmentechnisch nichts Spektakuläres, wir haben keine spektakulären Earnings, die anstehen, weder vorbörslich noch nachbörslich. Das einzige heißer Sektor, Chargepoint, das könnte ganz interessant sein, CHPT an dieser Stelle, mal schauen, das könnte heiß werden, Stitch Fix auch, S-Fix ist an der Stelle auch ein starker Wachstumstitel. Also das sind zwei Kandidaten, die sollten wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Mal gucken, wie die Earnings kommen, mal gucken, wie die Reaktion nachbörslich erfolgt. Wir werden morgen einen Blick drauf werfen dann im Morning Meeting, aber das sind auf jeden Fall zwei so Kandidaten, vielleicht, vielleicht so, könnten die spannend werden, könnten ganz interessant werden. Chargepoint, ganz kurz, ich zeige mal ganz kurz, was die machen. Chargepoint, das ist ein Anbieter, der sich auf die Infrastruktur für Elektromobilität fokussiert hat. Also das bedeutet etwas anders, mal gucken, ob es auf Deutsch in der Artikel, nein. Kann man schon erkennen, also im deutschsprachigen Raum spielt die aus der Perspektive kaum eine Rolle. ist ein American Electric Vehicle Infrastructure Company, also das heißt, eine US-amerikanische Firma, die sich auf eben das Bauen von der Elektromobilitätsinfrastruktur fokussiert hat. Largest online network of independently owned EV charging stations operating 14 countries and make the technology used in it. Also das heißt, ist einer der größten, die größte, tatsächlich das größte online Netzwerk eben von unabhängig betriebenen oder owned, also, ja, owned, ja, EV charging station, also Elektromobilitätsaufladestationen und, naja, Fakt ist, das ist ein Zulieferer für diesen aktuell unglaublich heißen Bereich. Das gilt für Lucid, das gilt für Tesla, da werfen wir gleich noch einen Blick hier kurz drauf. Das könnte durchaus interessant sein, da könnte einiges an Volatilität eben tatsächlich in die Aktie kommen. Wir können nochmal kurz einen Blick werfen hier, Swaggy Stocks hatte ich jetzt nur vorbereitet, um ganz kurz zu zeigen, Tesla und Barber, also Alibaba, da gucken wir auch gleich drauf, wieso die gerade interessant sind. Die sind auch ziemlich aktiv diskutiert in der Wallstreetbets Community. Ich will nochmal kurz einen Blick werfen einmal auf ein paar Fundamentals von ChargePoint. Das dauert ein bisschen. Ich gucke mal ganz kurz, ob das jetzt hier, das sieht ja einigermaßen stabil aus jedenfalls. Das war jetzt nicht so übertragen, wie ich mir das vorstelle, aber könnte es mir auch schlimmer vorstellen. So, CHPT, also hier ist ChargePoint und also hier ist einmal nur, dass man eine Idee bekommt, 10 Millionen durchschnittlich gehandelte Aktien aktuell, auch im technisch relevanten Bereich ungefähr um 20 Dollar aktuell handelnd. Ein kurzes Überschießen gab es Anfang Oktober und dann sehr, sehr starkes Reversal. Also eine Intraday, das ist das, worauf ich hinaus will hauptsächlich. Es ist eine Intraday durchaus attraktive Aktie, sehr liquide und in diesem Zusammenhang eben auch in einem Bereich, technisch und psychologisch relevanten Bereich um 20 Dollar eben vorstoßend. Könnte durchaus also ein Kandidat sein, der morgen heiß sein könnte. Sollten wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Electric Vehicles auf jeden Fall aktuell heiß, nachdem wir gestern nämlich, da sind wir mal kurz bei Tesla, hier einen sehr, sehr starken Push auf der Unterseite eben tatsächlich gesehen haben. Sehr, sehr starken Push, der uns nahezu punktgenau auf diese übergeordnete Trendlinie geführt hat. Hier können wir es sehen. Also wir hatten ja durchaus nochmal einen Test auf dieser Trendlinie, vielleicht sogar in der 100er Region, zum Thema gemacht, schon seit geraumer Zeit. Jetzt haben wir zumindest mal diese Region hier getestet und wie unfassbar stark Tesla aktuell ist beziehungsweise wie auch sich weiter dieser fundamentale Wachstumsausblick eben darstellt. Auch der Gewinn pro Aktie, der sich abzeichnet, wenn es nicht von extern irgendwelche, die Aktie jetzt deutlich oder ganz besonders die fundamentalen Zahlen der Firma eben beeinflussenden Verwerfungen an den Finanzmärkten kommt. Der Wachstumsausblick insgesamt für Tesla bleibt weiterhin unglaublich stark, während zeitgleich viele Portfolio-Manager immer noch Underweight Tesla sind. Also nicht, dass diese Korrekturbewegung jüngst nicht jetzt sehr, sehr scharf ausgefallen ist und uns rein technisch in den sogenannten Bärenmarkt führt. Wenn wir von 1250 Dollar über den Daumen gepeilt eine Korrektur sehen, die uns Richtung 1000 Dollar führt, haben wir an der Stelle beziehungsweise jetzt in diese Gefilde, dann haben wir eine Korrektur größer 20 Prozent und dann haben wir eben die Definition für einen Bärenmarkt erfüllt. Jetzt muss ich allerdings an der Stelle auch sagen, wir sind zeitgleich natürlich auch jüngst hier mit dem Ausbruch und das war besonders dieses Announcement von Hertz mehr als 100.000 Tesla eben für seine zu vermietende Fahrzeugflotte eben zu kaufen. Dieses Gap-Up auf neue Allzeithochs und dann dieser starke Opening Drive, auch nach den sehr, sehr starken Quartals, die veröffentlicht worden sind, da ist die Aktie halt ausgehend von schon seinem bereits sehr starken Lauf. Also wenn man jetzt mal von den Jahrestiefs ausgeht, dann hat sich die Aktie in diesem Zusammenhang hier verdoppelt gehabt. Also wir sind im Tief gehandelt worden, ungefähr bei 520, 530 Dollar die Aktien, das waren die März beziehungsweise Mai-Tiefs und hatten uns schon zu diesem Zeitpunkt hier mit 60, 70% Performance zu diesen Jahrestiefs in den Bereich der Jahreshochs katapultiert und neuen Allzeithochs. Und dann kam es nochmal zu einer deutlichen Beschleunigung, zu einem nahezu vertikalen Kursanstieg, dass die Aktie auf solche stark, nicht nur fundamentalen, sondern auf solche Übertreibungen, auf solche vertikalen Kursanstiege dann eine scharfe Korrektur von mal 20% sieht, das ist absolut erwartbar. Also das ist jetzt nicht irgendetwas, was irgendwie hier das Gesamtgeschäftsmodell von Tesla oder dergleichen infrage stellen dürfte. Ich denke, da sind wir uns einig und jetzt hat es eben diesen Rücksetzer gegeben, gestern nahezu punktgenau und nicht nur nahezu punktgenau, sondern was dann eben auch unfassbar war, muss ich schon fast sagen, war, also wir hatten jüngst ja schon im Gesamtkontext eine Abwärtsstruktur etabliert gehabt, hier kann man sehen, seit den Dezemberhochs, das waren auch, sicherlich auch begünstigt gewesen durch entsprechend die Kommentare dort von Elon Musk entsprechend eben Aktien zu verkaufen, besonders um im Zusammenhang hier mit entsprechenden Steuerzahlungen und dergleichen liquide genug zu sein, was allerdings schon sich im September abzeichnete und entsprechend eben auch in schriftlicher Form dann bei den Regulierern eben wiedergefunden hat. Was auch immer, also beziehungsweise was auch immer im Gesamtkontext eine Korrektur, die erwartbar gewesen sein dürfte, was ich aber dann unglaublich fand, ehrlich gesprochen, also wirklich unglaublich fand, war die Reaktion gegen diesen Bereich und dass wir innerhalb wirklich von wenigen Minuten, also naja, wenigen Minuten in Anführungsstrichen, wir haben, nachdem wir einen kurzen Flasch in diese Gefilde, kurz nach der Markthaltung 15.30 gesehen haben, innerhalb dann der nächsten vier Handelsstunden ungefähr, sogar neue Tageshochs markiert sind für den Tag ins grüne Territorium gelaufen und haben hier Aufschläge von 70 Dollar die Aktie gesehen, gegen die Tiefs. Das ist eine meiner persönlichen Einschätzung nach unglaublich starke Reaktionen, also das ist etwas, das haben wir bei anderen Growth-Titeln, vielversprechenden Growth-Titeln, wie zum Beispiel eine Roku oder auch eine Zoom zum Beispiel, haben wir das überhaupt nicht zu sehen bekommen, was meiner persönlichen Einschätzung nach, das ist erstmal nur ein Gefühl, aber das zeigt sich auch in der Jahresperformance insgesamt, während zum Beispiel Zoom oder Roku 60, 70 Prozent unterhalb ihrer Jahreshochs liegen, immer noch grundrein fundamental betrachtet, jedenfalls starkes Wachstumspotenzial haben, ist einfach mal notiert Tesla fürs Jahr im positiven Territorium, trotz dieses Meltdowns, den wir im Tech-Bereich gesehen haben. Also alleine daraus kann man eine Stärke, eine relative Stärke der Aktie eben ziehen und auch diese Reaktion auf jeden kurzen Pull-In, sofort eine starke Reaktion zu sehen, wir müssen an der Stelle immer verstehen, da sind wirklich Käufer am Markt, also das sind reale Portfolio-Manager, das sind Leute, die die gleichen fundamentalen Zahlen haben, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer skeptisch gegenüber Tesla dem Wachstumsausblick und dergleichen sind, aber die einfach jetzt aufladen müssen, weil der Preis eine klare Sprache spricht und der Preis sagt ja an der Stelle, du willst Tesla im Portfolio haben, also du willst ausgehend von den Zahlen, auch dem Wachstumsausblick über das nächste Jahr, willst du die Aktie im Portfolio haben, also jetzt natürlich besteht das Risiko, es kommt zu Turbulenzen an den Finanzmärkten, es kommt zu einem stark anziehenden inflationären Umfeld, es gibt starke Spikes in den Zinsen, da wird auch ein Growth-Titel wie Tesla sich nicht entziehen können, aber ich vermute, dass in solch einem Umfeld selbst dann Tesla immer noch relativ stark zum Gesamtmarkt performen dürfte, also anders formuliert, wenn der Gesamtmarkt von mir aus 30% korrigiert, dann sehe ich Tesla trotz des Umstands ein High-Beater-Stock zu sein, an der Stelle maximal ebenfalls minus 30% performen, vielleicht sogar ein bisschen stärker und das ist eben etwas, also sehr grob gesprochen, aber damit man so ein bisschen eine Idee dafür bekommt, das ist auch das, was dann sich recht kurzfristig in solchen unfassbar starken Gegenbewegungen eben widerspiegelt, also die Aktie kommt schwach in den Tag hinein, es gab auch gestern zum Beispiel eine Meldung, dass es, ich muss mal ganz kurz gucken, was genau es war, ich muss aufpassen, dass ich es nicht verwechsel, weil auch Lucid hatte einen, jetzt muss ich mal kurz hier schauen, ich hoffe, dass es, dass es, ja, hier haben wir es, ja, Lucid hatte gestern, okay, ja, das war ein SEC-Filing, genau, ich will es mal ganz kurz hier zeigen, Hallo, Adresse des Links kopieren, guck mal ganz kurz hier rein, ich hoffe, dass der das jetzt aufmacht, da gab es eine Ankündigung eines Whistleblowers, der, der Tesla irgendwie bei der, bei der SEC angeschwärzt haben soll, angeschwärzt in Anführungsstrichen, in Bezug auf irgendwelche Solarpanel, Defects, also irgendwelche, irgendwelche technischen Schwierigkeiten, wie auch immer geartet, also den Link dazu stelle ich unterhalb dieses Videos ein, dass ich das noch anschauen möchte, könnte potenziell nochmal so ein kurzer, bärischer Moment gewesen sein, aber man sieht sofort, Marktteilnehmer, die warten nur darauf, die geiern mehr oder minder im Bereich um 1000 Dollar oder beziehungsweise auch da drunter dann, um entsprechend eben ihre Hände auf Tesla zu bekommen, wie gesagt, technisch ein relevanter Bereich und alles in allem, da kommen wir jetzt zum heutigen Bild, also das ist die Reaktion von gestern, sobald wir eine Rückeroberung, die ich hier der 1030 sehen, wir können mal ganz kurz in der Vorbörse gucken, wo wir da stehen, wäre jetzt allerdings überrascht, wenn Tesla nicht eventuell diese Niveaus schon rausgenommen hätte, da, kurzen Augenblick, ja, handelt schon drüber, also wir handeln schon oberhalb der Hochs von gestern, die sich hier auskristallisiert haben, also sobald, solange wir uns oberhalb von hier 1030 stabilisieren können, scheint mir durchaus denkbar, dass wir einen sehr, sehr scharfen Push nochmal auf der Oberseite zu sehen bekommen, im Gesamtkontext, auch dass der übergeordnete Markt entsprechend stark performt und dass wir eben entsprechend hier weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, mindestens bis in Gefilde 1055, 1060, eventuell 1070 ungefähr, also dass eine Gegenbewegung sehr, sehr scharf ausfällt, wobei dann abgewartet bleiben müsste, also das heißt jetzt noch nicht, dass das der Startpunkt ist für den nächsten Run auf der Oberseite, es könnte sein, dass wir erstmal weiter seitwärts konsolidieren, weil wir eben schon relativ weit gelaufen sind, vielleicht gibt es auch nochmal einen kurzen Flasch auf der Unterseite, sobald sich das übergeordnete Marktumfeld doch nochmal eintrübt, aber in Summe ist das einfach weiterhin unglaublich, also in Relation zum Gesamtmarkt, im gesamten Tech-Bereich, der eigentlich erwartbar gewesen wäre, unter Druck zu geraten oder auch eine Tesla, die stärker unter Druck berät, durch eben anziehende Zinsen, Inflationsdruck, der sich aufbaut und so weiter, dass wir uns so stabil in diesem Umfeld widerspiegeln und uns so stabil präsentieren, das ist eigentlich ein Zeichen von Stärke und vor diesem Hintergrund überrascht es dann auch weniger, um jetzt mal den Mainstream so ein bisschen aufzugreifen, das war ein Riesenthema, zum Beispiel Michael Burry, das ist derjenige, welcher, der mit seinem Hedgefonds ja gegen das Platz in der Immobilienbase gewettet hatte und dadurch eine unglaubliche Reputation gewonnen hatte im Laufe der letzten zehn Jahre und der jetzt in diesem Zusammenhang ja auch dann Schlagzeilen machte, weil er eine große Short-Position in Tesla aufgebaut hat, die er mittlerweile allerdings aufgelöst haben soll und ich denke mal, dass auch Michael Burry das realisiert hat, was hier sich an potenziellem Wachstumspotenzial widerspiegelt in der Tesla eben tatsächlich im Übrigen und in Unternehmen und dass das auch selbst bei anziehender Inflation nicht sofort schlagartig in einer scharfen Korrektur sich widerspiegelt, sondern wo aktuell einfach jeder Dip aggressiv gekauft wird, um von dieser Wachstumsgeschichte eben auch im ersten Jahr noch zu profitieren und solange wir diese Aufwärtstrendlinie auch hier halten können, sehe ich nicht, warum wir nicht davon ausgehen sollten, dass hier weiteres Aufwärtsmomentum, Kursziel 1500 Dollar höher in den kommenden zwölf Monaten eventuell sogar realisiert werden sollte. Ja, das also zu Tesla. Ich muss mal kurz überlegen, ich hatte noch eine andere Aktie vorbereitet, ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, welche das war. War das eine Nvidia? War das eine Doku? Crowdstrike? Kurz überlegen, mal gucken, ob ich noch drauf komme, aber ja, also in Summe ist auf jeden Fall das im Einzelzielbereich weiter ein heißer Titel. Aktuell ausgehend auch von der sehr, sehr starken Reaktion, die Tesla gestern da eben gezeigt hat. So, werfen wir einen Blick auf Gold ganz kurz und dann auch ganz wichtig natürlich auf Bitcoin. Also erst einen Blick auf Gold und Bitcoin hat die 50.000er Marke zurückerobert, das ist natürlich auch ein Blick wert, weil wir hatten gestern ganz explizit auch dieses Level herausgestellt gehabt. Es scheint es schon wieder gewesen zu sein auf der Unterseite. Die Devise scheint auch in den Bitcoin zu lauten bei The Dipper aktuell. Wir sind auch gleich relativ zügig dabei, weil das, was wir Gold präsentiert, weiterhin einfach nicht attraktiv ist. Also es ist weiter eine unglaublich schwache Vorstellung, die Gold hier präsentiert. Keinerlei Wille irgendeiner Form die 1.800er Marke zurück zu erobern. Wir konsolidieren weiterhalb unter diesem Niveau. Das ist nicht stark, was natürlich aber dennoch im Hinterkopf behalten werden sollte und deswegen werfen wir immer wieder auch einen Blick drauf, auch wenn das charttechnisch nicht das attraktivste Bild ist. Wir haben morgen einmal die Jowls, die um 16 Uhr unserer Zeit veröffentlicht werden, die Job Openings, beziehungsweise dann am Freitag eben Inflationszahlen. Das sind zwei Events, die im Ausblick auf auch die kommende Handelswoche und Mittwoch am 16.12. wiederum die FED-Sitzung, die letzte in diesem Jahres, auf jeden Fall eine unglaubliche Brisanz haben, weil in diesem Zusammenhang es eben so ist, dass das potenziell die Geldpolitik und auch die Geschwindigkeit der Reduktion der Anleiheaufkäufe seitens der FED ganz wesentlich mit beeinflussen dürfte. Jowls an der Stelle, das sind die Job Vacancies, also das heißt die offenstehenden Stellen, die eben nicht besetzt werden, beziehungsweise die einen Indiz geben, über Umwege eine Idee zu bekommen, wie dort der Bias offensichtlich unter den potenziellen Jobkandidaten eben tatsächlich ist. Also bedeutet, etwas anders formuliert, wenn wir sehen, dass diese aus- oder offenstehenden Stellen nicht zügig besetzt werden, dann ist das ein Indiz dafür, dass die potenziell die Jobsbesetzenden eventuell sagen, das reicht uns hier noch nicht aus, also wir wollen an dieser Stelle attraktivere, ganz besonders eben nicht nur Arbeitsbedingungen, sondern wir wollen ganz besonders auch mehr Geld an dieser Stelle. Das heißt also, das ist potenziell zwischen den Zeilen jedenfalls Inflationstreibenden, desto höher hier die Job, nicht Anforderungen, sondern die Gehaltsvorstellungen der jeweils sich für diese Job Interessierenden ist, desto größer natürlich der Aus, der Druck, der früher oder später sich in der Inflation und den Preisen niederspiegeln wird, weil Unternehmen, die diese Stellen höher bezahlt, dann an Arbeitskräfte vergeben müssen, müssen natürlich schauen, dass sie dennoch entsprechende Gewinnmargen realisiert bekommen, was wiederum sich in Preissteigerungen dann und Preissteigerungen in Bezug auf den Endverbraucher widerspiegeln wird, logischerweise. Neben dem Umstand, dass die Leute auch mehr Geld in der Tasche haben und folglich auch mehr Geld sind, willens dann für entsprechende Produkte eben auf den Tisch zu legen. Also beides auf jeden Fall inflationstreibend. Ergänzend hierzu Inflationszahlen, die am Freitag noch anstehen. Auch hier Erwartungshaltung liegt bei 6,7%. Also man erwartet hier seitens des Marktes oder beziehungsweise seitens der Analysten TI-Vorchester sogar 6,9%, dass wir uns in Richtung 7% Inflationsrate bewegen. Also mal überlege mal, von wo wir kommen. Vor einem Jahr lag die jährlich auf Jahressicht gesehene Inflation bei 1,4%. Wir landen jetzt beim fünffachen Wert ein Jahr später. Stichwort Lieferengpässe, Stichwort Geldpolitischer Exzess seitens der Notenbank und dergleichen. Also wir nehmen jetzt schon deutlich galoppierende Züge an. Sobald hier diese Threshold in Anführungsstrichen von 7% die nächste psychologische Barriere gebrochen wird. Wir erinnern uns daran, das war, ich weiß gar nicht, war es hier im April, war es im Mai, Juni, sowas. Ich kann mich erinnern, dass wir da gesagt haben, da war so der erste psychologische Moment, dass die 5% Hürde genommen wird. Ich weiß, dass das auch potenziell ein bullischer Treiber damals für Gold war. Also das ist etwas, das sollte man im Wochenschluss auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, denn das ist natürlich etwas, was fundamental dann an der Stelle entsprechend hier sich für Gold auswirken könnte und wo wir eben einen deutlichen Push über 1800 zu sehen bekommen könnten. Also das ist etwas, das sollte man nicht unterschätzen, das ist ein realistisch gegebenes Risiko an der Stelle oder eine Option, die eben im Raum steht, wo wir eben durchaus nochmal Bewegung dann in der zweiten Wochenhälfte erwarten dürften. Bis dahin auf jeden Fall ist allerdings das Bild in Gold eher weiter unspektakulär und wie gesagt, wir sollten erstmal auf solche einen entsprechenden Trigger-Moment warten, der dann auch entsprechend Bewegung und Interesse, seitens der Marktteilnehmer reinspielt. Also im Equities-Bereich würden wir zum Beispiel von erhöhtem sogenannten R-Vol sprechen. Also das ist das relative Volumen, was dann reinkommt, was auch zeigt, dass im Durchschnitt so und so sich das Volumen darstellt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Chargepoint mal nehmen, da steht ja hier unter Finbus zum Beispiel relatives Volumen 1,07. Das heißt also gestern sind leicht mehr als durchschnittlich so viele Stücke gehandelt worden oder ne, durchschnittlich sind üblich 9,56 Millionen Stücke, das gehandelt werden. Gestern sind 10,33 Millionen gehandelt worden. So, das zeigt, das Interesse war jetzt nicht außergeordentlich hoch, es war auch nicht außerordentlich niedrig, es war einfach im Durchschnitt. Wenn wir das gleiche jetzt mal hier tun auf Tesla zum Beispiel, also wenn sich jemand fragt, wie komme ich denn auf die Überlegung, dass Tesla gerade heiß sein könnte, dann gucke ich dazu einfach genau das an, was das R-Vol eben tatsächlich an der Stelle macht. Auch hier interessanterweise eigentlich, also wir sehen diesen Flaschall auf der Unterseite. Gestern 27,22 Millionen Stücke eben gehandelt, durchschnittlich wären 25 gehandelt, auch leicht oberhalb von 1, aber es ist zumindest mal dieser Abtick-Moment. Also Chargepoint, heißer Markt gerade aktuell, Tesla, also wir sehen so eine leichte Tendenz, dass ein größeres Interesse besteht und sobald sich diese Zahl, und das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon häufiger hier zum Thema gemacht, sobald sich diese Zahl deutlich über 2 bewegt, weißt du einfach, das ist jetzt ein durchaus heißes Segment einfach und da möchtest du positioniert sein beziehungsweise du beziehst daraus den Schluss, dass eben die Markteinnehmer draufschauen und jetzt macht es Klick in dem Moment und jetzt stelle ich gerade fest, welche Aktie ich noch nicht betrachtet hatte, welche ich mir anschauen wollte. Baba. Na? Magst du reingehen? Das wäre doch toll. Hallo? Baba? Okay. Sagen wir mal, dass das funktioniert. Also Alibaba hat im Zusammenhang eben mit den jüngsten Verwerfungen seitens des chinesischen Aktienmarkts auch einiges hier an Volatilität gesehen. Ziemlichen Ausverkauf und eine sehr starke Reaktion jetzt haben wir zu sehen bekommen gegen die jüngsten ausgebildeten Tiefs. Also gestern sind wir bis in Gefilde um 105, 107, also in jüngerer Vergangenheit eben gedroppt gewesen. Also ein sehr, sehr starker Ausverkauf, klarer bärischer Modus, aber eben auch sehr, sehr sogenannten beaten down, also sehr, sehr stark verkauft in der jüngen Vergangenheit. Und jetzt hat es eben einen Bruch gegeben. Hier nehme ich mal hier raus. Einen Bruch gegeben, eben dieser sich hier Das kann man, glaube ich, hier relativ gut eben tatsächlich erkennen. Wir sind weiterhin ganz klar short, aber nochmal eben massiv unter Druck geraten. Und jetzt ist es so, dass wir ja, diese Konstellation hier, ich würde mal sagen, die 120er-Region, wahrscheinlich alles so eine Art Inflection sehen, ob wir da sehen sollten. Also heißt, solange wir uns oberhalb halten können, könnte das ein interessanter Kandidat auch für eine tiefere Korrekturbewegung sein. Und Alibaba ist deswegen interessant, weil es eine Aktie ist, die am feldnismäßig liquid ist. Also unter den chinesischen ADRs, also diesen Magst du jetzt mal mit mir sprechen? Das war doch ganz schön. Wow. Da, da haben wir sie gehabt. So, da ist Alibaba. Sehr, sehr liquideer Titel tatsächlich. Auch man sieht hier übergeordnet diese Region getestet, diese potenzielle Trendkanalbegrenzung, so möchte man sie vielleicht bezeichnen. Und da sieht man zum Beispiel ein durchaus erhöhtes Interesse. Also wir sehen normalerweise im Schnitt gehandelt 23,3 Millionen Aktien, gestern 43 Millionen. Das bedeutet also, das Interesse hier in dieser Aktie ist definitiv gegeben. Wir haben es auch gerade gesehen, bevor ich hier auf diesen Chargepoint-Aspekt zu sprechen kam, dass das auch als Swaggy Stock aktuell sehr, sehr aktiv eben diskutiert wird in Wall Street oder unter Wall Street Bats im Reddit-Forum eben. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Was wir in dieser Konstellation hier zu sehen bekommen, ist einfach ein Titel, der potenziell heiß werden könnte, auch für den heutigen Tag, die man durchaus auf dem Schirm haben könnte. Wir sehen auch in der Vorbörse zum Beispiel schon bereits, wenn wir uns Barber hier angucken, deutlich oberhalb der nachbörslichen Hochs. 125, also hier, da sieht man die 120er-Region, die auch aus psychologischer Perspektive beginnt, eine Rolle zu spielen, weil das nämlich der volumengewichtete Durchschnittspreis ist für den gestrigen Handelstag. Also gestern auf diese starke Gegenbewegung, die wir hier zu sehen bekommen, diese sehr starke Performance, im Schnitt wurden da 120 Dollar wie Aktie bezahlt. Also das heißt, sollten wir, danach sieht es jetzt derzeit nicht aus, aber man sollte diese Linie so ein bisschen auf dem Schirm haben, für den heutigen Tag, für den morgigen Tag vielleicht, sollten wir doch nochmal einen aggressiveren Flush zu sehen bekommen. Könnte der Bereich um 120 ein Bereich sein, der vielleicht für Long-Engagements ganz interessant werden könnte, wobei natürlich immer berücksichtigt werden sollte, wenn wir jetzt so einen Flush sehen, also aktuell in der Vorbörse handeln die hier bei 129, 130 Dollar, wenn ein Flush von 10 Dollar stattfindet. Im Gesamtkontext sollte man erstmal schauen, ob da nicht eine News gerade über den Ticker läuft, beispielsweise irgendwelche Restriktionen sich am chinesischen Finanzplatz oder dergleichen zeigen, irgendwelche News über den Ticker gelaufen sind. Also das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Fakt ist aber auf jeden Fall, ist ein potenzieller Kandidat für eine ausgeprägtere Korrekturbewegung. Also kurzfristig jedenfalls. Also bedeutet, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir ein bisschen gefüllt um 140, vielleicht sogar 150 laufen. Gerade auf jeden Fall ein Kandidat, der ebenfalls potenziell heiß ist. So und dann final noch der Blick natürlich einmal auf Bitcoin. So, Bitcoin hat die 50.000er Marke zurückerobert. Die hatten wir gestern zum Thema gemacht. So, ich räume jetzt hier mal ein bisschen auf. Das sieht ein bisschen, vielleicht ein bisschen bunt aus. Also dieses Szenario hatten wir zum Thema gemacht. Die können wir drin lassen eigentlich. So, Trendlinie, da können wir auch mal kurz drin lassen. Also, wir haben ja diesen sehr, sehr scharfen Flashout gesehen, hier übers Wochenende mit entsprechenden Push in den Tiefs bis in Gefilde hier tatsächlich um 40.000 Dollar. vielleicht sollten wir, vielleicht ist es ein bisschen besser an der Stelle ganz kurz hier den Wochenendschart mit einfließen zu lassen. Hier ist Bitcoin. Hier nehmen wir mal eine Stunde. so, also, da hatten wir ja diesen, 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 ausverkauft, diesen Crypto Crash und dann sind wir gestern in der Gegenbewegung schon bereits, das hatten wir schon hier zum Thema gemacht gestern und dann hatte ich gesagt, eine Rückeroberung der 49,8 hatte ich gesagt, beziehungsweise 50er Region, also 50.000er Region. Das wäre etwas, was zeigt, da ist ein potenzieller Boden drin. Ich hatte gesagt, mein wahrscheinlicheres Szenario ist allerdings, dass wir nochmal hier abrollen und diesen Bereich um die Tiefs in den kommenden Tagen testen. Dass wir das jetzt nicht tun, ist in meiner Einschätzung nach unglaublich starkes Signal, dass wir schon die 50 zurückerobern, auch im Gesamtkontext. Also, wir erinnern uns daran, wir haben hier vor allem die Abschläge meiner persönlichen Einschätzung nach in Bitcoin dem Umstand auch zu Schulden gehabt, neben jetzt dem dünnen Umfeld und neben potenziellen Margin Calls, die über das Wochenende getriggert worden sind und so weiter, dass wir einfach übergeordnet ein unglaublich skeptisches Bild plötzlich, auch im Hinblick auf den Wachstumsbereich und dergleichen skizziert haben. Und das ist etwas, was eben sich jetzt beginnt zu verflüchtigen. Also, das kann man ja beispielsweise in der Performance im DAX oder beispielsweise auch im S&P sehen. DAX, wie gesagt, im Bereich 15.700 Punkte. Da ist keinerlei Willen, in irgendeiner Form eine Korrektur einzuleiten. Also, da sieht man einfach, dass da jetzt mehr oder minder so eine Art FOMO, Stichwort Jahresentrallye und dergleichen, offensichtlich befeuert zu werden scheint. Und das ist einfach eine deutliche Aufhellung des Bias im Markt und der Psychologie des Marktes insgesamt. Und das macht sich eben dann auch bemerkbar, beispielsweise in dem Fall in Bitcoin und in dem Fall in diesem Rücklauf jetzt über die 50.000er Marke. Und sollte es jetzt noch mal zu einem kurzen Pull-In kommen, Rücksetzer in Richtung dieser Ausbruchregion, würde ich den ganz genau beobachten, denn es könnte durchaus ein interessanter Bereich für Long Engagement sein. Also, das heißt, die Region hier um 49,6 bis 50.000 ist meiner Einschätzung nach ein potenzieller Long Trigger und das Bild trübt sich auch erst ein, sofern wir unter 47 laufen. Also, sprich, anders formuliert, wer sich jetzt plant, längerfristig zu positionieren und sagt, ich verpahre hier nach der Devise by the dip in dem Fall und ich erwarte, dass es da früher oder später auch zu einem Rücklauf in Richtung 60.000 kommt, findet hier in diesem Bereich eventuell einen ganz interessanten Einstieg, wo er auch ein klares Level hat, gegen das er riskieren kann. Also, sprich, ich würde einen Rücksetzer auf hier die, ich mach das mal ganz gut zu dem, ich zeige das mal ein, also, nicht mit schwarz, sondern vielleicht mit rot. So, also, dieser Bereich hier, Rücksetzer gegen dieses Level Long positionieren, in der Erwartung, dass es da zu einem Bounce kommt. Stop hier, das ist wie gesagt der 47.000er Bereich, 47. Wir würden die 49, 800 wahrscheinlich, so in den Gefilden würden wir Long handeln, dann hätten wir ein Risiko resultierend aus 2.800 Dollar und würden auf der Oberseite auf eine Chance gehen, in den kommenden Tagen, Wochen, vielleicht, auf die 60 und höher, 60 plus, verzeihung, das sieht jetzt komisch aus, aber da sieht man schon, das CAV in diesem Fall, das sind 10.000 Dollar mehr Chance an dieser Stelle, das CAV einer solchen Herangehensweise ist größer 3 zu 1 und das scheint mir aus der Gesamtkonstellation hier im Hinblick auf Bitcoin, scheint mir das aktuell durchaus interessant, also gegen dieses Level sich Long zu positionieren. auch auf dem Schirm haben, sollte man natürlich in dem Zusammenhang, jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, Bitcoin ist zwar schön und gut, aber irgendwie habe ich einen Narren vielleicht an Ethereum hier an der Stelle gefressen, Ethereum unglaublich stark, wenn man das anschaut, in Relation zum Trading, zu den Allzeithochs, also wir handeln marginal unterhalb den Allzeithochs im Vergleich zu Bitcoin und diese relative Stärke, auch hier nach dem, nach diesem Crypto Crash, Flushout Moment, ist durchaus etwas, was man im Hinterkopf halten sollte, also sprich, sollte es nochmal zu einem Rücksetzer kommen, findet man hier in Ethereum, korrespondieren mit diesen Gedanken zum Bitcoin-Gedanken, gerade eben 4200, vielleicht 220, ein Long Trigger, Stop liegt dann hier im Bereich so ungefähr um 3,9, Pi mal Daumen, 3,9, 20, das sind alles ungefähr 300 Dollar, Risk an dieser Stelle und dann würden wir auf der Oberseite auf einen Bruch über die 4800 gehen und neuer Allzeithochs, also 5000 und höher, tatsächlich, also was dann entspricht, 800 Dollar Chance, 900 Dollar Chance Minimum, eventuell sogar entsprechendes Squeeze-Potenzial, was sich herauskristallisieren könnte, 5,5 vielleicht sogar, ist ein Lauf, also da könnte das CAV sogar signifikant größer 3,1 sein an dieser Stelle, begünstigt eben durch die relative Stärke, also auch Ethereum ist da durchaus ein Kandidat, den man im Hinterkopf eben tatsächlich behalten sollte und der da durchaus von Interesse ist. Ja, so, und das wäre es soweit für heute gewesen. Verzeiht bitte die etwas schwierigen technischen Umstände, die wir jetzt hier im Livestream haben, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hoffe, dass seitdem mein Internet wieder so stabil funktioniert, wie es da soll, ich bin ja schon froh, dass ich wenigstens eine Möglichkeit überhaupt mit der Welt da draußen zu kommunizieren, durch so eine Stick-Lösung. Ja, meine Einschätzung, wie gesagt, findet ihr dann im Laufe der kommenden Minuten, im Hinblick besonders auf die US-Equity-Märkte, noch in der Discord-Community, Link dazu stelle ich unterhalb des Videos ein, für weitere Informationen. Und ja, also habt, wie gesagt, Tesla auf dem Schirm, potenzieller Kandidat, scharfer Gebounce, Jahresendrallye-Potenzial, welches der DAX gerade deutlich suggeriert. Ähnlich wird sich das auch im S&P darstellen, an der Stelle, den haben wir jetzt gar nicht beleuchtet gehabt, aber das technische, relevante Level ist weiter die 4650, 660er-Region, wo wir jetzt schon eine scharfe Bounce-Reaktion gestern zu sehen bekommen haben, und wir die 4-5 halten können und nehmen jetzt eben genau diesen Bereich hier um diese pinkfarbene Linie wieder ins Visier. Das ist so eine V-Konstellation. Sollte man nicht unterschätzen, im Gesamtkontext besonders. Also das kann durchaus sein, besonders vor dem Hintergrund auch dieses immer noch mitschwingende, negativen Bias, der sich hier am Widerspiegelt. Also wer mal Fintwit so ein bisschen beobachtet hat, die soziale Medien über das Wochenende, der große Crash, der hast du überall lesen können. Und genau deswegen, genau deswegen war es wahrscheinlich jetzt so, dass wir eher, oder ist es so, dass wir eher eine scharfe Gegenbewegung erwarten sollten und eher mit neuen Allzeithosen aus dem Jahr uns verabschieden. Also ich will noch nicht hier zu stark jubeln und zu laut jubeln, aber es ist zumindest mal so, dass das mehr und mehr danach ausschaut, als wenn wir nach unten zunächst einmal jedenfalls fertig sind. Mal gucken, was jetzt die nächsten fundamentalen Zahlen noch zeigen. Wie gesagt, Joel ist morgen, wir haben am Freitag die Inflationszahlen aus den USA. Da könnte durchaus ja nochmal ein bisschen Bewegung reinkommen, aber in Summe muss ich gestehen, sieht eher aus, als wenn wir nach unten fertig sind. Und wie gesagt, besonders dann solche starken Performer wie Tesla sind da durchaus Kandidaten von der Longseite. Beziehungsweise auch so beaten down names, also so niedergeschlagene Titel, ganz besonders wie Alibaba zum Beispiel, könnten da durchaus von Interesse sein. Ja, das also meinerseits. Ich wünsche euch happy trading. Passt auf, wie stoppt's auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting 10.30 Uhr gemeinsam mit Markets. Ich freue mich. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.